Also Leute, ich bin jetzt hier live. Ich glaube, es sind schon andere Leute da. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Hinter mir. Ich glaube, die warten auch auf die. Ich würde sagen, ich dränge mich einfach mal. Boah, ich kann nicht mehr, Alter. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, ich mache mein Selfie-Sick kurz ran. Also, es geht los, Jungs. Es geht los, Jungs. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich bin brutal aufgeregt. Ich bin brutal aufgeregt. Ja, mir geht es gut. Mir geht es gut. Ich habe ihn noch nie gesehen oder so. Alles gut bei euch? Alles, alles gut. Und ich glaube, da sind doch zwei Leute, die warten, glaube ich, mit mir. Gleich 21. Das müsste der sein, außer der fährt nach Hause. Yes, bro. Yes, das probiere ich. Ja. Ich habe sogar hier Olivenöl geholt. Als Geschenk. Wohin geht es? Nirgendwo. Hört ihr mich überhaupt? Hört ihr mich? Gebt mir mal kurz eine Rückmeldung, ob ihr mich hört. Ja, okay. Perfekt. Nee, ich fahre nirgendwo hin. Ich probiere, Elias und Sidney zu snipen hier. München hat man noch. Wie ein Fuchs. Da sind die, glaube ich. Ja, da sind die. Da sind die. Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen. Ich bin echt gespannt auf die Reaktion. Ich weiß nicht, wie er da ist. Ich sehe Eli gerade. Aber ich muss eigentlich zu Sidney. Echt? Ja. Alex, Servus. 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 Kein Puls. Ja, danke für die Reaktion. Aber sogar live auf Twitch. Ja, ich bin auch. Amazon Prime umsonst. Ist kostenlos. Ist kostenlos, Leute. Danke, danke, danke. Hey, alles gut? Ja, danke, Leute. Alles gut? Hi. Hi. Ich habe ein Geschenk für dich, gell? Nein, ich habe kein Geschenk. Doch, doch, geh. Oh, Oliven. Oh mein Gott. Oh. Oh, Oliven. Ich wünsche euch eine schöne Nacht bei euch, Freunde. Ich wünsche euch eine schöne Nacht bei euch, Freunde. Scheiße. Ihr wisst, Foto, ganz gut. Jungs, ich hoffe, das Video wird krass. Ich habe meinen Job getan. Ich fragte ihn doch schnell, ob ich ein richtiges Foto haben kann. Ich glaube, ich beende jetzt den Livestream und mache ein richtiges Foto. Hey, Jungs, es wäre es doch cool, wenn wir ein richtiges Foto machen. Kannst du kurz halten? Ein ganzkörperfoto machen. Wie geht es gerade? Vollt ihr ab? Deja, jetzt werden wieder alle Strecken. Ganzkörper, ganzkörper. Lass mich weiter zurück. Nice man, Challenge gemacht, Eli und Sydney getroffen, ich fühl mich wie ein Gott, ich fühl mich wie ein Gott, Video geschafft, Video geschafft, also er will keine Geschenke, aber Olivenöl hat er genommen, alter, mega glücklich, mega glücklich, einfach gepackt, einfach gepackt, jo, was geht, ich habe gerade, ich würde jetzt nicht so verfolgen, als welchen Fanboy, aber ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da hinten Eli und Sydney getroffen, so verdient, 17 Leute einfach, wollt ihr die nochmal sehen, soll ich euch irgendwas sagen, komm, ich mach mal ein bisschen hier, live aus München, ich film jetzt ein bisschen mit, schaut euch an, alle hier, Füchse, 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 Säge, einfach, ich habe es einfach gepackt, scheiße, Klaust euch an, korrekt, 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 ich will die jetzt eigentlich nicht so filmen, das ist ein böse Grinch ist ein bisschen, ja okay, ich will jetzt nicht so Fanboy-mäßig hinterherlaufen, also an alle, ich habe meine Challenge geschafft, hier, habe ich Kling getroffen, ich habe Olivenöl geschenkt, und ich glaube, mehr, mehr muss ich nicht machen, hier, ähm, yo, 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 einfach Olivenöl, ja, ja, das Video kommt morgen online, ich spreche mit meinen Cuttern, wie die es machen, ich will halt nicht weggehen, weil ich Angst habe, was zu verposten, nicht Wein, sondern Olivenöl, also er will keine Geschenke und dann nicht so Olivenöl, nein, Alter, ich würde jetzt nicht, haha, die Cutter einfach, ähm, okay, eine Frage, soll ich jetzt weiterbleiben oder soll ich gehen, soll ich gehen, soll ich weiter, soll ich gehen oder soll ich bleiben, soll ich gehen oder soll ich bleiben, soll ich gehen oder soll ich bleiben, gehen oder bleiben, schreibt mal rein, Ich glaube, der Typ war ein bisschen betrunken, ich kenne mich nicht so gut an, wie du willst, ja, mir ist egal, mir ist egal, ich habe das gemacht, was ich wollte, ich glaube, das ist ein freshes Video, ähm, ihr müsst jetzt was reinschreiben, ihr müsst was reinschreiben, ja, wenn ich jetzt hier bleibe, ist es komisch, ich habe ja mein Foto und alles schon bekommen, ich würde sagen, ich, äh, ich gehe einfach, ich gehe einfach, boah, scheiße, Digga, krass, gehen oder, ja, ja, ich gehe jetzt, also ich habe ja mein Foto bekommen, ich habe ein Olivenöl geschenkt, ähm, ich poste jetzt direkt das Bild dann gleich, man hat mein Herz nicht gesehen, der Vlog, bin gerade reingekommen, ja, ich habe Sydney und, äh, Elie getroffen, äh, machen wir kurz in München-Tour, ehrlich gesagt, gar keinen Bock, Digga, gar keinen Bock, ich bin böse am Schwitzen, boah, scheiße, Digga, und jetzt geht es direkt zur nächsten Station, oder soll ich zurückgehen, ich weiß halt nicht, Digga, weil ich werde dich halt nie wieder in meinem Leben sehen, das weiß ich halt, ich werde dich nie wieder, glaube ich, in meinem Leben sehen, außer die sehen das Video, wenn ihr das Video sehen, folgt mir auf Instagram, ne, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber irgendwie nach Ding, die ich getroffen habe, bin ich ja zu voll, so, ich habe keine Angst hier mit dem Selfie-Stick durch die Stadt zu laufen, ist eklig warm, ja, bro, ich habe angefangen zu schwitzen, jetzt musst du versuchen, DFB-Spieler zu finden, soll ich so Folgen machen, wie ich probiere, ähm, so Spieler zu finden und sowas? Jungs, also ich würde sagen, ich vlogge jetzt ein bisschen weiter, ich erzähle im Vlog ein bisschen weiter, dass ihr auch einen Grund habt, den Vlog zu sehen und, ja, ich bin einfach böse kreativ, einfach mit Olivenwild und, ja, nice, man, deutsches Internet, ja, ja, okay, tot, dann, Leute, und dann, Leute, Vielen Dank.